Ja, bei mir steht eine Legende, Josef Kadrobra, der wahrscheinlich erfolgreichste Spieler in Österreich. Tschechoslowakien, Sie waren im WM-Finale 1962, damals gegen Brasilien und waren auch hier in der Stadtliga Meister. Zuallererst, wie geht es Ihnen? Und zum Zweiten, was wünschen Sie Slovan zum 110. Geburtstag? Ja, das wäre etwas Besseres, dass Sie einmal wieder aufsteigen. Aber ich gehe manchmal zu schauen, dass die Mannschaft nicht so gut ist, dass sie wirklich aufsteigen sollte. Dann ist es besser, vielleicht unten zu spielen und vielleicht obere Plätze zu haben, als oben zu sein und immer um den Abstieg zu spielen. Sonst war ich Fußball natürlich im Finale. Und jetzt ist es ein Spaß. Wir waren jetzt 17.06. in Prag, wo ein Jubiläum der 50-Jährigen waren. Und dort haben wir uns eingeladen aus Brasilien zur Eröffnung eines Museums in Rio de Janeiro. Und unsere Spieler, ich war nicht geflogen und sind geflogen und Masopus, Adames auch nicht, aber Stibrani und Kost, das war Reservit. Und jetzt haben wir alle am Masopus. Und die haben absichtlich, oder die sind absichtlich geflogen, weil sie den Pelé sehen werden. Und dadurch hat der Masopus mir auch gesagt, Pepi, du musst fliegen, wird dort Pelé. Und ich bin nicht geflogen, wie ich gesagt habe. Und jetzt zum Schluss sind sie zurückgekommen und haben gesagt, Pelé ist nicht gekommen. Der war in London jetzt, glaube ich, ne? Das war später. Das war 17.06. Aber vielleicht ist der Pelé noch ein bisschen böse, weil sie sind ja damals, glaube ich, zweimal auf Brasilien getroffen in der Vorrunde. Und da ist der Pelé, der mit einer Verletzung ausgefallen, war dann im Finale auch nicht dabei. Schon, schon. Aber er war nicht böse, weil das war Gruppenspiel mit Brasilien und dieser Match endete 0-0. Und er hat sich schon Verletzung gemacht, erste Halbzeit. Und wir haben ihn ausgemacht, zweite Halbzeit, das wird ihm überhaupt nicht angegriffen. Überhaupt nichts. Und das hat er viel dann nachher kommentiert, dass wir Supermannschaft waren. Er hat mir immer gewartet, bis der Ball abgibt und nicht attackiert. Das heißt, er war nicht böse auf uns. Weil Masopus hat ihn persönlich gekannt von Spielen, Douglas Prag, Santos. Und das war dreimal in New York, wo immer stattgefunden haben, diese Turniere. Ja, mit von Cosmos in New York. Richtig, das kennen Sie. Und da war auch Rapid einmal sogar. Du kennst auch den Masopus, auch die Rapidler-Spieler, hat namentlich gewusst. So ist das, ne? Wie war das für Sie? Sie waren auch im Halbfinale damals dabei gegen Jugoslawien, dass die Tschechoslowakei gewonnen hat, haben ein Tor erzielt. Wisst ihr, wenn man vor so einer riesen Kulisse spielt, vor der Weltmeisterschaft? Schon. Das heißt, dieses Spiel war irgendwie komisch, weil wir sind über Italien geflogen. Und in Milano wahrscheinlich ist die Jugo-Mannschaft zu uns gestiegen, zugestiegen. Wir sind geflogen und mit den Jugos haben wir gefeiert, schon vor der Weltmeisterschaft. Wir persönlich nicht, aber die Jugos, die haben da Theater gemacht im Flugzeug. Und wir haben gesagt, das wäre gut, wenn wir sie kriegen. Und wir haben die wirklich bekommen dann. Weil die Schekuleras, das war der größte, wie sie Strawanza sagen, die Österreicher nicht. Aber gute Leute. Und dann haben wir die wirklich bekommen. Und mir ist geglückt, das erste Tor gleich, 1 zu 0. Und dann beim Stand 1 zu 1 ist mir auch ein super Pass auf Scherer. Und Scherer hat das gleich 2 zu 1 gemacht. Und dadurch ist noch ein dritter Elfer gekommen, 3 zu 1. Super, super Gefühl, ins Finale zu sein. Das war erst das zweite Mal, der Vorbau war, glaube ich, 1934, Tschechoslowakei. Italien, Tschechoslowakei. Und dieses Spiel haben in Verlängerung verloren damals. Und das ist auch ein bisschen komisch. Ich komme aus einer kleinen Stadt, Rakovnik heißt das. Und dort, als ich 17-Jährige war, habe ich noch gespielt mit einem Namen Kostale, der 1934 gegen Italien damals gespielt hat. Und ich war dann 17 und er war jetzt schon einmal so viel alt. Das war unmöglich, da habe ich mir nie gedacht, dass ich einmal auch ins Finale komme. Und von diesem Chile-Erlebnis, die Weltmeisterschaft fand ja damals in Chile statt, zeugt auch Ihr Autokennzeichen Chile 2, das haben Sie noch immer, oder? Das habe ich immer. Und das ist immer lustig, weil wenn mir jemand fragt immer, warum haben Sie Chile 2, warum nicht Chile 1? Weil ich weiß, dass da kein Fußballer ist, kennt sich nicht aus. Dann antwortete ich, weil Chile 1 war schon vergeben. Weil wenn Sie ansuchen, um diese Wunschkennzeichen, müssen Sie fünf Normen eingeben. Und wenn die alle fünf vergeben sind, dann müssen Sie noch einmal ansuchen. Aber wenn es in den fünften, der erste nicht ist, aber der zweite ist, dann kriegen Sie die zweite. Und dann sage ich nichts. Aber Fußballer wussten gleich, aha, der Chile 2, die waren ins Finale. Obwohl nur zwei Minuten Weltmeister, weil wir haben 1 zu 0 geführt. Und zwei Minuten oder drei Minuten später der Amarildo 1 zu 1. Der für den Pelé gespielt hat dann. Richtig, richtig. Wie ist das heute, wenn Sie den Fußballsport heute und damals vergleichen? Was hat sich geändert außer der Geschwindigkeit? Ich würde sagen, vor allem wird mehr trainiert in dieser Zeit. Die Spiele, glaube ich, sind nicht persönlich immer schneller. Wenn man im Vergleich 50 oder 20 Meter startet, dann wird es nicht viel schneller. Aber das Match ist ganz anders, schneller. Und auch technisch auch. Aber wissen Sie, Bizzan. Das war ein bester Fußballer in der damaligen Tschechoslowakei. Der auch hier gespielt hat? Auch geboren im 10. Bezirk, aber in Slavia jahrelang gespielt hat. Und der hat das immer, wenn man was gehört hat, dass der Fußball anders ist und so weiter. Der hat das auch geärgert, weil er hat wirklich viele Tore geschossen. Er war der bester Fußballer bei uns in der Tschechoslowakei. Der hat immer gesagt, Josef zu mir oder Pepe, sag mir selber, was hat sich geändert? Vielleicht Schnelligkeit, aber wenn ein Line von dort steht, dann ist das selbe wie bei uns, wenn wir gespielt haben. Er hat den jetzigen schießt was drüber. Das heißt, dass vielleicht ein bisschen das Recht gehabt hat, dass der Fußball schneller ist. Aber die Chancen sind gleich, hat er immer gemeint. Pepe Pitgani, auch ein unglaublicher Spieler, hat wie Bili über 1000 Tore erzielt. Ich weiß nicht, ob das genau 1000 Tore war. Aber wirklich, der hat mit 40 Jahren noch Erste Liga gespielt. Und da hat er nicht mehr für Slavia gespielt. Er ist schon nach Königgräz, gerade jetzt Kralove gegangen und da war noch Schützenkönig. Das heißt, er war wirklich ein bester Fußballer. Dadurch haben sich viele geärgert bei Wahl, 100 Jahre Wahlfußballer, haben Massobus gewählt. Weil Massobus war im Finale mit uns und war dann Fußballer des Jahres von diesen Frank-Franzosen, was das jedes Jahr macht. Bikino, ja. Und da waren angefressene Leute, dass er nicht bis an das gewonnen hat. Aber das ist das selbe Problem wie in Österreich. Weil Österreich hat auch gewählt, Kranke oder wem. Frau Aska und der Kranke war ein bisschen... Und die ältere Kranke war auch angefressen. Leider nur einer gewinnt. Das ist schwer, das ist schwer. Abschließende Frage. Sie waren ja auch hier erfolgreicher Trainer, haben einige Spieler aus der Tschechoslowakei auch gehabt. Adam Ecz beispielsweise war hier dabei. Sie sind auch Meister geworden, ich glaube 1978. Gibt es da noch hin und wieder Treffen mit den ehemaligen Spielern von damals? Ich treffe viele dieser Spieler, weil ich fahre nach Bresburg mehr als nach Prag. Mit Auto überhaupt jetzt nicht mehr. Das ist zweitmal Chile gestellene Kennzeichen. Mit Bus fahre ich, aber nach Bresburg kann ich fahren. Und der Adam Ecz, Wenzel, die sind heute... Adam Ecz ist nicht gekommen, aber es ist noch jemand da. Panenka ist auch. Panenka ist gekommen, aber es ist schon Prager. Aber die Slowaken ist noch eine Levitskita, Kadak. Da sind die Spieler, die haben nicht ganz oben gespielt, aber hier haben wir gut gespielt. Wir sind Meister, Erste Klasse, Wiener Liga und sogar Regionalliga. Dann war Reorganisation und sind wir wieder in die Oberliga runter müssen. Letzte Frage noch. Österreich und Tschechien verbindet sehr viel im Fußball. Es hat immer wieder berühmte Trainer gegeben, auch Teamchefs. Leopold Stastny und Karel Brückner. Haben Sie zu denen auch Kontakt gehabt? Haben Sie den Leopold Stastny gekannt? Der war ja Slowake. Brückner, Brückner, nichts. Ich selber bin ich nie zu ihm gegangen. Und er hat sich auch nie... Meine Reporter haben ihm gesagt, dass ich da bin. Aber er hat sich nicht mehr gemeldet, ist das egal. Aber Stastny war ich fast jeden Tag zusammen. Er hat gewohnt im Westbahnhotel. Vis-à-vis Horak war dort Portier, der ehemalige österreichische Spieler. Und wir sind sogar oftmals auf der Eishockey-Weltmeisterschau gegangen. Stastny war ein so guter Mensch, der hat nicht gern gehabt, wenn man am Fußballplatz war. Neben den Leuten, die etwas kritisieren oder gescheit sind, da sind alle Trainer. Und er sagte mir, Peppi, geh mal rein, wo wir ganz alleine waren. Und dann habe ich noch sogar Soda durchgekannt, weil wir hatten einmal Gladno, wo er gespielt hat, Slowan-Bratislava, und wir haben zu Hause 0-0 gespielt, ohne Geld zu zahlen, aber mit Spielen, weil ich war ein Nationalspieler schon. Wir brauchen nur den Punkt und Slowan-Brasburg nichts mehr. Und dann haben wir 0-0 gespielt und er hat alle geschimpft auf die eigenen Spieler. Und damalige Zeit war das nicht wie jetzige Zeit. Toll ist, wenn sie hören, dass jemand Geld kriegt, dass er etwas gemacht hat. Damals war es sportlich alles. Österreich hat das einmal auch gemacht. Ja, ja, ich runde. Denkt man nicht so gern zurück. Die Altgierer, die bis heute schimpfen. Ja, ja, mit den Geldscheinen, die damals verbrannt wurden. Richtig, ja. Okay, ich bedanke mich, wünsche alles Gute für die Zukunft und bis zum 120. Geburtstag. Richtig, sehen wir uns wieder da. Okay, danke vielmals.